Jedes Feedback zählt. Danke, lieber Jochen, für die dritte Steno-Lektion online. Wieder stelle ich fest, dass unter acht Abrufern noch keiner ein Like abgegeben hat. Shame on you, ihr potenziellen Steno-Freunde. Da wird eine kostenlose Einführung bzw. Auffrischung in Steno gegeben und ihr seid euch nicht einmal bewusst geworden, was das heißt. Die meisten Steno-Vereine und Volkshochschulen, die ich kenne und ich kenne viele, geben kaum noch Einführungskurse. Und im Web klagt so mancher, der gern Steno lernen möchte, es sei nichts in der Nähe, wo er diese Schnellschreibtechnik lernen könnte. Außerdem wird viel gejammert, die Stenografie wäre nicht mehr zeitgemäß und wäre eine aussterbende Kunst. Dabei war Stenografie noch nie so praktisch, verbreitungs- und entwicklungsfähig wie jetzt, wo Stenografie auf Smartphones und Tablets als auch auf dreidimensionalen Gestenerkennungssystemen eine große Zukunft verspricht. Liebe Grüße Friedemann, zieh Sie bei seit 2014.